Hallo? Wer schieft denn da? Ah da! Der ist doch gerade schon umgelegt! Komisch! Ja, die stehen auf dich! Deswegen kommen die immer wieder! Der Superstar! Da wollen sie gerne zweimal geknallt werden! Geknallt! Oh, ne Waffe! Finger weg! Es ist doch nicht vorbei, du Arsch! Ich will gleich mal gucken, dann können wir aufteilen! Boah, das ist ungeschnitten! Der hat Arsch gesagt! Geh weg, ich will den reparieren! Mach das! Ich prob' meinen besser, was ich gesammelt hab! Ach so, den kann ich gar nicht reparieren, den muss der reparieren! Ich glaub, der kommt jetzt da durch, ne? Der macht jetzt, glaub ich, hier so die Tür auf! Der beide sind wie zwei Arzten in einer Hülle! Zwei Kugeln in einem Magazin! Ich kann mir doch nicht gerade ein Schild anziehen, ey! Na, jetzt nochmal! Doch, warte mal! Ich glaub, ein Schild kann ich mir anziehen! Ne, kann ich nicht! Ich brauch' ich Level 3! Ich komme gleich raus! Ah, da dran liegt! Der ist so fertig, ne? Der! Wieso? Hat der da an der Brust drei Spritzen oder wat? Ne, ich glaub' das sind so Feile! Gehst du zu diensten! Oder? Spritzen? Ne, könnte auch Spritzen! Alter Junkie! Ja, aus so'n Planeten würd' ich auch zum Junkie werden! Danke übrigens, dass du sie getestet hast! Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt! Hast du auch schon Token? Ja, ich glaube schon, aber ich geh' jetzt erstmal hier... Ich geh' hier schon mal Waffen shoppen! Ja! Jetzt guck' ich mal eben... Ich geb' das Auge ab, weil die Automaten gehen, glaub' ich, noch nicht, oder? Was? Gehen die Automaten schon? Ja! Naja, stimmt, der geht, der andere nicht! So war dat! Kommandos-Gin-Anpassungen, die sich dat haben... Wie viel welche Pläne, wenn du bei mir einkaufen kannst? Ne... Aber ich... Feuer, ne? Das war's auch schon! Haha! Nicht genug Geld! Nicht genug Geld! Oh je, er spricht wieder! Genauigkeit! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte! Ey, gibst du voll viel Kohle für die Waffen aus und hinterher sind die eh scheiße! Joa, ich hätte noch eine für dich, wenn du willst, mit Schaden 20! Ja, dann nehm' ich die! Weil hier ist ja nur Schaden 18! Dann halt mal X gedrückt! Jo! Waaat! Ja! So, es gibt's mir! Ja, die ist gut! Rauschen! Ja! Ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack, habt ihr eine weitere Herausforderung? Ah! Moment, dann packen wir uns die direkt mal ins Inventar! Juhu! Gucken wir mal, was der Hammer-Lock da macht! Hammer-Lock? Achso! Ja, der versucht gerade das schwarze Brett wieder intakt zu kriegen! Ist aber kaputt! Auf Power-Warn! Hab ich gemacht! Ach, scheiße! Ich hab... Äh, genau! Ich hab mal hier runter! Ich hab mal erst mal Munition aufgefüllt! Wow! Wow! Boah! Jetzt haben die ausgewich'n! Haben die ausgewich'n! Bam! Kritischer Treffer, ja! Ey! Boah! Das gibt's doch nicht, ne? Boah! Boah! Geil! Ich steh direkt vor der Knarre, weißt du? Und der nimmt sie mir einfach weg! Geil! Kann ich jetzt die Waffe anziehen? Kann ich dir jetzt nen Headshot verpassen? Einfach so aus nächster Nähe? Äh! Da ist ein Loch in der Wand! Wat kann die denn? Oh, dat geht! Wat kann die denn? Da brennen die Feinde! Oh, die ist effektiv gegen Fleisch, ne? Genau! Die kannst du dir in... Das willst du doch gar nicht haben! Die kannst du dir in den blöden Automaten dahinten kaufen! Sei jetzt aber schnell zum Friedhof! Kann ich die brennen lassen! Burning! Machst du denn Feuer unterm Arsch, sozusagen? Voll daneben, ey! Das ist Rage! Das ist Rage! Ach, schade brennen! Wäre er doch entzündet nachher! Und... Schüss! Oh, wer hat ihm jetzt eine verpasst? Waaaah! Da kommen ja noch mehr! Ja! Das konnte ich leider nicht so sehen, wer den eine verpasst hat! Oh, scheiße! Kannst du mich mal eben kurz retten? Oder töte den! Warte! Ich schieße den mal runter! Und... Da bist du wieder! Super toll! Ich freue mich! Kannst du dich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen! Hoffentlich ebenfalls! Kehr bitte zum schwarzen... Hast du denn jetzt ein Schild? Ja, ich habe ein Schild! Ich muss mich nur noch mal ausrüsten, warte! Warte mal, kann das? 87 und dann kann 76! Dann nehme ich das! So, jetzt haben wir die Quest! Du hast die Haare schön! So, warte mal! Hallo? Ich habe hier noch einen... Scheiße, ey! Das Menü kacke! So, jetzt habe ich mich richtig ausgerüstet, ja! Warum sieht man den Schild? Nicht doch, sieht man! Wollte schon sagen! Wo bist du denn da hinten? Aber die Waffe ist... Die Waffe ist scheiße, ich könnte verbessern was gebrauchen! Schön verkaufen! Fertig! Moment! Boah, bist du schnell! Komm da nicht drauf, ätzend! Anja, ich muss den Hebel ziehen! Hier den Hebel! Nein! Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die falsche Waffe verkauft! Da hast du ja noch den Rückkauf! Sei vorsichtig! Benutze den Aufzug! Okay! Wenn da gleich Bulli-Mocks kommen, ne? Die müssen wir mit der Hand töten! Warum? Wegen der Quest! Du hast die Haare schön! Ach so! Ach, da war ja was! Mein Gott, bist du schnell! Rennst du immer nur so durch? Pfff! Nein! Nicht immer! Was ist die Blöde jetzt im Moment! Das ist ja nur, weil du das schon kennst, ne? Ja, den Anfang kenn ich schon zu gut! Na! Na! Aua! Ha! Er brennt! Burning! Na gut, wie die schreien! Na! 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 war hin immerhin neue sicherung alle töten genau ziel des spiels alle töten mein gut ich habe schon gesagt die knarre ein ist gut größer es wirst du auch da weg gefischt ja eine sicherung kommst du klar aber so ich hasse diesen kleinen psycho ne du hast gesagt bulli mons müssen wir per hand töten ja kaputt schlagen da sind schon mal die ersten haare dann mal zu den anderen hier und töte die mit der hand ich habe zufällig gehört dass ich glaube jetzt haben wir alle ne ja also ich hatte drei gesammelt oh tot ja dann mach den kaputt da bin ich wieder siehst du so bin ich überlasst dir sogar die gegner und dann wird ich wieder heilen überlasst dir kein loot hast schon alles eingesammelt wieder oder was ja so viel war jetzt hier nicht wenigstens habe ich noch ein paar haare eingesammelt ich weiß ich schmeiß mal eine granate rauf ja wir haben schon granaten verdammt das daneben gegangen noch mal ich glaube das war besser das war geil da kam der runter oh ein klo da siehst du da kommt scheiße raus ausgezeichnet cool ich habe ein zusatzmodul granatenanzeige zusatzmodul aber warte ich hast du das bekommen ja das war mein loot hallo warum geht das noch nicht level begrenzt action skill skill punkte kann ich noch nicht verteilen aber token aber ich kann token verteilen genau token warte token einlösen kritischer treffer dann der meta effekt welchen bad ass rang hast du denn warte maximale gesundheit 63 und du sag ich lieber nicht na komm sag schon 585 wieso so hoch weil das charakterübergreifend ist achso die anderen charaktere die ich habe damit spielst du auch schon diese rang frei ey ist das ein pillemann der ist ja schon der aufzug hochgefahren und so nein nein das gibt es doch nicht hallo könnten wir auch mal zusammen rumlaufen ja sicher er ist hier schon voll unterwegs und der beschwert sich darüber dass er eine waffe waffe warte meins warte mal mal gucken was habe ich denn hier schönes oh 20 mal 2 schaden ok aber ich würde sagen wir geben ab dann machen wir erstmal einen cut ok dann wechseln wir mal den horst achso damit du noch besser looten kannst ja also wenn ich gegen gegner spiel also gegen die ne die sind immer ganz woanders wenn ich schieße aber dafür wirst du ganz schön trotzdem gegen ja zum zum looten geht es das ist der hammer ah ich wurde ich wurde angeschossen da sind gegner ich dachte schon die rennen hinterher dank dir sieht ein dummer alter mann jetzt viel kohler aus als wir sind und rennen möchtest du gegen einen zwerg kämpfen der auf einem buch breitert ja da drück ich ja aber ey du bist unglaublich so wie er zockt so kann er auch rennen oh man habe ich viele waffen wolltest davon was abhaben nein ich möchte nur qualität er wird ein sniper für level 5 boh ich hab jetzt ich hab ne coole knarre damit kann ich voll geil zielen so mit mit zielkreuz aber der zittert ist ja voll ätzig wolltest du vielleicht ne pistole mit ähm effektiv gegen fleisch nee die hätte ich mir kaufen können die finde ich doof was macht die für einen schaden 23 gar nicht 25 jetzt guck dir mal meine geile waffe an die macht 20 x 2 schaden ja hat einfach gleich in die ne oh zieh die rüber warte anfrage wurde an die peter übermittelt das kleine ding da ja die ist voll toll äh weint weiter so ja du wolltest doch jetzt den horst wechseln warte ich den neuen verkaufen das klappt noch ach das da leckt es nicht sagst du bei der menge die die jetzt im rucksack hast das hauptsächlich bei den ähm kämpfen also uns da da rumspacken so fertig warte mal ich könnte mir noch heilung achten kann man sich ja nicht auf den vorrat kaufen ne kannst du nur einmal voll machen doof hast du gerade gehört gebt eure spenderorgane in den behälter dort ach für meine niere okay pass auf dann machen wir jetzt mal kurz einen cut lädst du noch was hoch nein tu ich nicht so da sind wir wieder und äh jetzt ist die mieter der host ich bin der horst genau du bist der horst und jetzt solltest ja nicht mehr lecken bei deinem ultra pc den du da hast wundert mich das eh aber gut ja das ist ja die internet anbindung die bei dir war ach so ja gut so wir gehen mal zu dem zielpunkt auf der map ähm ich ja